Vielen Dank für die Einladung und es ist eine besondere Freude an diesem Workshop teilzunehmen. Und ich mache etwas, was vielleicht etwas schockiert. Ich möchte wirklich Top-Down-View, wirklich von ganz dem grossen Bild, dass wir das Phänomen Kryptowährung, wo geht die Reise hin, reflektieren. Ich glaube, was notwendig ist, bevor wir einfach in die Problematik eintauchen von Blockchain, Geschwindigkeit von Blockchain, wie löst man irgendein kryptographisches Problem. Sollten wir doch zurückstehen und eigentlich das Blockchain Phänomen im Kontext der ganzen Entwicklung von uns als Menschheit. Weil eigentlich ist eines der frühesten Innovationen der modernen Gesellschaftsordnung die Erfindung von Geld. Geht tausende Jahre zurück. Und wenn Geld als soziales Phänomen geändert wird, dann ändert sich vielleicht die ganze Gesellschaft so. Kurzes Verständnis von Blockchain. Viele von Ihnen wissen das alles sehr genau. Aber ich glaube, es lohnt sich nochmals darüber nachzudenken. Dann wirklich eine Analyse, wie kann die Zukunft aussehen. Stellungnahmen zu ein paar Problemen über Blockchain. Und dann ein Outlook. Und am Schluss unbedingt Fragen. Ich glaube, wir müssen doch kurz Revue passieren. Wie sind eigentlich die Gesellschaftsordnungen entstanden? Geht man ins British Museum, kann durchlaufen und sieht, wie ursprünglich aus den ganz einfachen Tongefässen kleine Gruppierungen entstanden sind. Und schlussendlich wollten die Leute sagen, ja, ich brauche Commerce. Und in der Schweiz gibt es den berühmten Yeti, der irgendwie aus einem Gletscher plötzlich mit dem Global Warming wurde plötzlich dieser Mann gefunden. Und er hat damals scheinbar Moos von der Südseite vom Alpenmassiv auf die Nordseite transportiert. Also Trade gab es schon ganz früh. Mit sozialen Strukturen gab es die Entwicklung von Recht. Und dort ist auch die Frage, was ist eigentlich der Ursprung von Geld? Und dann ist er auch spannend, wenn man darüber nachdenkt, das Geld ist entstanden aus einer Schuldverschreibung. Es sind Schulden, die zu Geld wurden. Also Geld ist nicht im Ursprung ein Asset, sondern eine Verpflichtung. Ganz wichtig in diesem Ganzen ist auch überhaupt die Entdeckung von Schrift. Und zum Beispiel in meiner Wohnung zu Hause habe ich eine Tontafel, so dick. Und dort sind mit Teilschrift eingetragen, eine Bestätigung für ein Handelsgeschäft. Man muss sich vorstellen, vor zweieinhalb Tausend Jahren hat man solche Tontafeln fabriziert, nur um festzuhalten, was eigentlich ein Geschäft abgewählt wurde. Natürlich, die ganze Entwicklung hätte nicht stattgefunden, wenn wir nicht Mathematik entdeckt hätten. Wie rechnet man? Und zum Wirtschaftsentwicklung ist natürlich die Entdeckung der klassischen Physik entscheidend. Und die älteren Semester von Ihnen haben sicher noch Karl Marx gelesen, das Kapital. Und für mich war damals etwas vom Erstaunlichsten, wenn ich das Kapital lese, ist, dass Marx es für nötig gehalten hat, zu erklären, wie eine Maschine funktioniert. Das heißt, wenn wir zurückgehen, 200 Jahre, konnten sich die Leute nicht vorstellen, dass wir Maschinen bauen können. Und das war eine richtig neue Entdeckung. Was ist dann geschehen in den vergangenen 100 Jahren, wenn wir die Naturwissenschaften anschauen? Ab Einstein wurden Dinge entdeckt, die für die klassischen Naturwissenschaften undenkbar waren. Ich denke nur an Relativitätstheorie. Wenn man hier vorbeigeht, sieht man den Namen Freud. Die moderne Technik, die wir heute erleben, die Tatsache integraler Bestandteil unserer Realität ist, war völlig undenkbar vor 100 Jahren. Wie verhält es sich nun mit Recht und den Sozialwissenschaften? Klar, die ersten Rechtssysteme, Hammurabi, genial, hat so einen Zeigfinger aus Marmor und dort die einzelnen Gesetze eingeschrieben. Geld, ebenfalls unwahrscheinliche Innovation. Dann denken wir doch an das römische Recht, das entwickelt wurde vor 2000 Jahren. Ein solches Buch, detaillierte Rechtssystem. Was war das für eine intellektuelle Leistung? Einfach genial für mich. Dann, sehr spannend, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert. Neue politische Ideen, Demokratie als Mechanismus, um die Gesellschaftsordnung effizienter zu gestalten. Und dann die französische Revolution. Und dann die Gesetze, das österreichische Privatrecht, das aus 1811 stammt. Das war ein entscheidender Wandel. Klassische Ökonomie war stark beeinflusst von den traditionellen Naturwissenschaften. Die bestehenden Konzepte, die wir haben, die sind aber im Kontrast zu was nachher in der Wirtschaft geschehen ist. Wir haben heute eine moderne Kommunikationstechnologie, die war unvorstellbar noch vor 50 Jahren. Internet und die heutige Globalisierung. Was möchte ich hier zum Ausdruck bringen? Die Sozialwissenschaften, politische Theorien, die haben keinen Wandel unterlaufen, so wie das in den Naturwissenschaften entstanden ist. Das heißt, wenn wir heute zurückblicken vor 100 Jahren und in einem gleichen Raum sind mit den Ökonomen damals und unsere Theorien erklären, dann sagen sie, ja, das ist alles sehr vernünftig. Aber in den Naturwissenschaften ist es ganz anders. Wenn moderne Naturwissenschaftler, Wissenschaftler vor 100 Jahren im gleichen Raum treffen würden sie, um Gottes Willen, das darf man doch nicht. Also völlig neue Ideen. Und was ich eigentlich einladen möchte, ist, öffnen wir uns doch für völlig neue Ideen. Das heißt, kritisch hinterfragen, was heute akzeptiert ist und uns fragen, ja, stimmt das wirklich? Und wenn wir Hinweise haben, dass Dinge nicht korrekt sind, dem Nachgehen, dem Ernst nachverfolgen. Nun, um was geht es eigentlich? Was müssen wir, wenn wir Sozialwissenschaftler, politische Theorien verfolgen, was müssten wir eigentlich erreichen? Also, für mich ist doch klarer Fall, Nachhaltigkeit. Es kann ja nicht sein, dass wir eine Wirtschaftsordnung haben, die einen Erwartungswert von noch 10 Jahren, 20, 30 Jahren hat. Macht doch gar keinen Sinn. Gesellschaftsordnung, das Emergent, die hat sich gewandelt vor 1000 Jahren, vor 2000 Jahren, heute und natürlich auch weiter Zukunft. Und es ist doch spannend. Und auch, wir müssen doch eine gewisse Leichtigkeit haben. Oder, wenn wir die Menschheitsgeschichte anschauen, die ist klar, zentral, zuerst hat, die Erde ist das Zentrum und heute denken wir das Universum. Es gibt ein Universum. Vielleicht gibt es doch eine unendliche Zahl von Universen. Und was ich doch immer spannend finde, ist, wenn man in die Natur geht, ist doch unwahrscheinlich die, effektiv dieses Wunder der Natur. Der vielen Phänomene, die dort ablaufen. Also, was müssen wir erzielen? Wir müssen eine Wirtschaftsordnung und Gesellschaftsordnung herbeiführen, die im wahrsten Sinne robust ist. Und für mich ist die Inspiration eigentlich der menschliche Körper. Weil es doch unwahrscheinlich. Sie haben eine Zelle, ein Spermium. Aus dem gibt es ein kleines Embryo. Und dann wachst es, wird älter und mit der Zeit entsorgt es sich. Mehr oder weniger. Nun, was ist eigentlich Blockchain? Nun, für mich ist Blockchain ganz einfach gesprochen. Das ist ein Register, das eigentlich Eigentum nicht von Land, sondern eben von jedem Asset nachverfolgen kann. Das ist eigentlich ein Grundbuch. Etwas ganz Lapidares. Es ist ein Grundbuch, aber internetmässig organisiert, verfügbar im Grundsatz für alles, für jeden Asset, für jedes Recht. Somit wird alles in Zukunft ein alter Ego haben. Das heißt, wir haben die effektive Sache und dann gibt es einen digitalen Token, der diese Sache oder dieses Recht repräsentiert. Aber jetzt gibt es noch etwas Zweites, was ganz wichtig ist. Jeder dieser Token kann aufgeteilt werden in ganz kleine Teilen. Also nicht nur als Ganzes, sondern ein Mikroteil. Und für mich ist wichtig, außer wenn man effektiv ein technischer Experte ist, befassen wir uns doch nicht mit dem technischen Details. Und das ist etwas provokativ, aber ich glaube, es ist wichtig, wir müssen das große Ganze sehen und uns nicht verwirren lassen durch eine technische Debatte. Und wir kennen ja, wie das ist manchmal, wenn wir uns zusammensetzen, möchten ja gewisse Leute zeigen, wie viel sie wissen. Und man kann sehr viel zeigen, wie viel man wisst, indem man sehr stark argumentiert. Und gerade im Kontext von Sozialwissenschaften, wo man so viele Themen hat, ist wichtig, diesen Top-Down-View zu haben. Und was ich behaupte, ist die technischen Details, da gibt es so viele Lösungsansätze und ich werde auf das noch zu sprechen kommen, dass sich das, die Hindernisse, die heute bestehen werden, schnell überwunden werden. Nun, alles, jede Sache wird ein alter Ego haben, ein Token. Und somit wird ein Bedarf oder besteht ein Bedarf oder eine Möglichkeit, diesen Token zu tauschen mit einem anderen Token. Also jeder Token möchte potenziell gewandelt werden oder ausgetauscht werden mit jedem anderen Token. Und das ist eine nicht-triviale Aussage. Heute, wenn Sie zur Börse gehen und einen Kaufauftrag nehmen, dann können Sie eine Aktie kaufen von zum Beispiel irgendeiner, ich weiß gar nicht, welche Firmen hier gehandelt werden. Und wenn Sie die wieder kaufen, dann kaufen Sie wieder Euro. In der Zukunft können Sie aber jeden Token tauschen mit jedem anderen Token. Das heißt, wenn Sie eine Aktie haben von VW, dann verkaufen Sie VW-Aktien gegen Öl oder gegen Sonnenenergie oder gegen Land. Land in Wien, aber vielleicht Land in Chile. Oder vielleicht Land gegen eine Versicherung oder Land gegen Mittagessen. Und dann wird man natürlich fragen, wie kann das sein, der Empfänger bekommt plötzlich irgendwie zum Beispiel eine Tesla-Aktie für einen Hamburger. Aber er kann ja Tesla-Aktien nicht brauchen, um das Fleisch einzukaufen für den Hamburger. Aber natürlich wird es Market Makers geben, die den Tesla-Aktien entgegennehmen und dem Verkäufer von Hamburgers vielleicht Gutscheine geben für Lidl. Also das heißt, es gibt Market Makers, die das Zwischengeschäft machen. Und somit ist, wenn ich von einer elektronischen Tauschwarengesellschaft rede, da heißt das nicht wie im traditionellen Tauschwarenhandel, ich komme mit einer Kuh und möchte Getreide tauschen. Sondern es gibt einen Zwischenhändler, der das Zwischenblieb darstellt und dem Empfänger das gibt, was er haben möchte und dem Lieferanten das abnimmt, was er hat. Und jetzt denken Sie vielleicht, kann ja nicht wahr sein, wie soll das möglich sein? Aber Sie wissen ja alle von LinkedIn den kleinen World-Effekt, dass es eben ganz einfach ist, solche Netzwerke aufzubauen, weil die Vernetzung eben viel größer ist, als man sich zuerst intuitiv denken würde. Also die Welt wird sich wandern von einer Welt, wie wir noch vor 10, 15 Jahren dachten, dass es nur eine Währung gibt oder zwei oder drei, zum genau Gegenteil einer riesen Vielzahl von Währungen. Das ist völlig ein anderes Weltbild. Klare Aussage, alle Assets, Aktien, Obligationen, Land, Mietverträge, Utility Tokens, Loyalty Points, alles bekommt ein alter Ego, wird Tokenast. Und das sehr wichtig ist, wenn man jetzt von einer Firma spricht. Heute hat Firma, welche Finanzinstrumente hat eine Firma? Firma hat Aktien und vielleicht kann sie noch Obligationen ausgeben. Vielleicht, wenn man nachher noch sagt, kann sie etwas Gutscheine verteilen. Aber in der neuen Token-Welt kann man Aktien tokenisen und ganz wichtig, man kann Utility Tokens rausgeben. Und die Utility Tokens sind eben Anrechte auf Dienstleistung des Lieferanten. Und was so interessant ist, man kann diese Tokens ausgeben als Zahlungsmittel für die Mitarbeiter, die dann das als Lohn empfangen können. Das vermindert die Kapitalaufnahme, die die Firma machen muss, um überhaupt zu lancieren, weil sie den Mitarbeitern direkt die Tokens übergeben kann. Und noch spannender ist, man kann im Sinne von Kickstarter den Interessenten, dem Projekt, solche Tokens geben. Das heisst, man kann vom ersten Tag an seine Kunden aktivieren und inzentivieren, teilzunehmen an der ganzen Kundenentwicklung. Und ähnlich wie früher, ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren, als man den Leuten sagt, es kommt das Mobile Telefon, haben die Leute nur so schwere Mobile Telefons, das macht doch gar keinen Sinn. Aber heute ist doch genial. Genau, ich kann auf einem Gletscher stehen und direkt mit jemandem telefonieren, der in der Wüste ist, am ganzen anderen Ende der Welt. Und insofern ist die Tokenization und das alles Zahlungsmittel ein unwahrscheinlicher Befreiungsschlag. Nun, was ist Critical Path? Also erstens muss ich sagen, wenn man heute etwas Tokenizing macht, es ist so mühsam. Ich meine, das muss so viel einfacher sein, als überhaupt eine Website zu kreieren. Das muss wirklich nahtlos gehen. Und es muss so machen, dass man das aufladen kann. Es muss auch klar sein, dass man natürlich Scams ganz einfach identifizieren kann. Dass nicht jeder einfach schnell seinen Token kreieren kann und sagt, bumm, das ist der Sprüngli-Token. Sondern man möchte ganz klar von einem wissen, hat das Gehalt und ist das Qualität? Und wie kann man das erzielen? Nun, was es auch braucht, ist natürlich einen globalen Marktplatz. Dass man ein Token tauschen kann gegen den anderen. Und man möchte nicht ein Exchange haben, wo einfach das ganze Volumen, das dort getradet wird, künstlich generiert ist. Man möchte zu Exchanges gehen kann, die Industrie-Strength haben. Top-Qualität. Muss essenziell sein. Es muss auch ähnlich wie auf einem Fussballfeld, es muss ein Level Playing Field sein. Es geht ja nicht, dass das Fussballfeld so ist oder so oder so und es sich dynamisch ändert, wenn etwas krumm läuft. Nun, es ist auch klar mit dieser grossen Zahl von neuen Tokens, was sicher nicht geht, ist, dass die Liquidität in diesen Märkten davon abhängt, ob Leute manuelle Trades machen. Ich meine, wir brauchen ALGOS. Wenn die Rest der Welt alles Computermodell sind, automatisiert ist, kann ja nicht sein, dass im Kern bei den Finanzmärkten wir irgendwie auf die menschliche sogenannte Intelligenz warten, damit man diesen Kurs anschaut und dann irgendwie entscheidet. Das müssen ALGOS sein, die 24 Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche laufen können. Nun, wo stehen wir heute eigentlich? Es muss klar festgestellt werden, dass die ökonomischen Modelle, die wir heute an Orten wie hier lernen, die funktionieren nicht in einem Kontext 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Es ist nicht möglich, diese Modelle so anzustellen und einfach laufen zu lassen. Das muss einfach eingestanden werden und muss sagen, ups, da gibt es Arbeit. Wir müssen auch klar wissen, wir müssen die Systematik der Naturwissenschaften hier aufnehmen. Und wir müssen den Mut haben, zu den Politiker zu gehen und sagen, Entschuldigung, das ist ein grösseres Projekt. Das braucht richtig Geld und diesen bescheidenen Budgets, die Ökonomen, Sozialwissenschaften bekommen haben, das ist etwas der Vergangenheit. Wir brauchen ganz andere Geld. So wie das nötig war, um die Naturwissenschaften, die heute so erfolgreich sind, zu bauen, so brauchen wir auch richtig Geld. Dann gibt es eine ganz grundlegende Frage. Also das heisst, wenn man die ökonomischen Modelle anschaut, die Regressionen anschaut, die Papers untersucht, da ist überall dieses kleine T geschrieben. Time. Und was ist eigentlich Time? Ganz zentrale Frage. Weil dieses T, das hat eigentlich auch zur Umwälzung in den Naturwissenschaften geführt. Dass plötzlich, als man diese Morley-Experimente gemacht hat und die dann zur Relativitätstheorie geführt hat, das mit der Zeitrechnung stimmt nicht. Wir kommen nicht aus, wenn wir ein statisches Zeitraster haben, wo eben nicht, wo das Modell ist, dass man unendlich schnell immer schneller gehen kann, sondern einschaltet. Nein, die Lichtgeschwindigkeit ist ein oberstes Maß. Und so müssen wir uns auch überlegen, was ist Zeit wirklich? Dann, in diesem Zusammenhang gibt es, glaube ich, eine ganz grundlegende Frage, die wir uns stellen müssen. Klassische Physik funktioniert im Kontext eines Systems. In einem System, wenn man die Dinge bewegt, dann funktioniert das so. In der Relativitätstheorie wurde plötzlich das Gedankenexperiment gemacht. Man hat zwei Zwillinge und die Zwillinge bewegen sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und wenn sie sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen, dann werden sie unterschiedlich alt. In der gleichen Zeitperiode. Das ist schwierig sich vorzustellen. Aber was geschieht, wenn die sich wieder treffen? Und ich behaupte, Ökonomie ist ein Problem der verschiedenen Systeme, die miteinander interagieren. Ich bin ein System, jeder von ihnen ist ein anderes System und vielleicht bin ich auch mehrere Systeme, die mit mir interagieren. Und mein Tageskonflikt ist, wenn ich mir eine Frau sehe, dass wir ja nicht genau das gleiche System sind. Und die ewigen Missverständnisse kommen daher. Also, Ökonomie ist ein Multisystem Problem. Damit kommt auch der nächste Gedanke. In einem Multisystem Kontext ist es half open. Auch dieses Null-Sonnenspiel stimmt ja vielleicht gar nicht. Das heißt, wenn man die Preisentwicklung in den Finanzmärkten anschaut und summiert die Küstenlänge, dann ist die Küstenlänge, wo sich die Preise entwickeln im Verlauf eines Jahres, eine Länge von 1600%. Für Kryptomärkte ist das 6000%. Jeder dieser Schwingung ist eine Chance Geld zu verdienen. Und weshalb können wir das nicht? Eine offene Frage. Wir brauchen Computer Bots, die Liquidität offerieren. Das heißt, wir müssen Modelle machen, die das in Echtzeit abwecken können. Wir brauchen ein effektiv großräumiges, globales Informationssystem, das alle die digitalen Daten zusammenzieht und ein großes Wetterprognosesystem aufbaut. Nun, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns inspirieren lassen von der Natur. Und etwas, was das Überraschendste ist, wenn man über seinen eigenen menschlichen Körper nachdenkt, ist die Dynamik. Also die Geschwindigkeit, zum Beispiel der Blutzirkulation. 5 Liter Blut, alle 10 Minuten 50 Liter umgesetzt, bei jedem von Ihnen. Das ist ein riesiges Volumen. Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, das ist entscheidend. Nun, was ist die Realität der Zukunft? Cryptocurrencies? Klarer Fall, unendliche Zahlen, ganz verschiedene. Every Token, jeder Token ist Geld wert. Man muss sich nur vorstellen, was geschieht, wenn Amazon plötzlich entdeckt, dass Amazon ihre Produkte in Amazon Dollars verrechnen kann. Und wie viel günstiger Amazon die Produkte anbieten kann und welcher Wettbevorteil das gibt. Absolut gigantisch. Und gleichzeitig, jeder von Ihnen hat seine eigene Currency. Doch auch genial. Sein eigenes Referenzsystem. Wir brauchen Liquidity über alles. Auch nur so kann sich Information propagieren durch das ganze Informationssystem. Asset Management muss voll computerisiert sein. Und anstatt Investmentstrategien, die Buy and Hold sind, brauchen wir Investmentstrategien, die Liquidität liefern für die Finanzmärkte. Das heißt, dass man Geld verdient aus dieser langen Küstenlinie, indem man Liquidität verliert. Das ist ein ganz anderes Bild von Asset Management. Nur, jeder wird sagen, ja, Blockchain, Bitcoin, Blockchain, das skaliert ja nicht. Sechs Transaktionen pro Sekunde. Überhaupt nicht. Es gibt so viele Anstrengungen, um heute effiziente Blockchains zu machen. Was wir nicht wissen, ist, welche Blockchains wir gewinnen. Und das ist einfach so eine Aufstellung der relativen Effizienz der verschiedenen Blockchains. Was ich zeigen möchte, ist, dass wir heute in den letzten fünf Jahren, ist eine große Menge von Computer Sciences, die sich diesem Problem angehen. Also das heißt, in ganz kurzer Zeit ist eben eine globale Blockchain Realität, die auch den Ansprüchen genügt, die wir für dieses neue Wirtschaftssystem brauchen. Und was wichtig ist, dieser Blockchain Service, dieses globalen Notariat wird alles gratis verfügbar sein. Es ist nicht so, dass wir pro Transaktion etwas zahlen müssen, sondern denken wir uns darüber nach, wie ist es, wenn das alles kostenlos ist. Nun, wo stehen wir heute? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, wir sind wirklich in einer Prototypphase. Management of Private Keys. Man darf sich das gar nicht anschauen, das ist wirklich so primitiv noch. User Experience. Ich meine, wir sind doch alle gewohnt, ich meine, sicher Sie sind sich alle gewohnt, Tinder regelmäßig zu nutzen. Und natürlich ist bei Tinder die Benutzung überflächlich so angenehm. Und wir brauchen diese gleiche Qualität bei all diesen Tools. Weil das ist der Standard. Und wenn wir diesen Standard nicht erfüllen, dann hat man keine Chance. Dann gibt es heute, sind weitgehend die Kryptomärkte, ist alles voll funded. Die effektiven Finanzmärkte, die funktionieren partially funded Accounts. Diese Infrastruktur ist, kaum gibt es gar nicht. Credit Markts in Kryptomärkten, das ist wirkliche Steinzeit. Data Protection, ein wichtiges spannendes Thema. Aber, was wir eben denken müssen, eigentlich die Natur funktioniert ganz anders. Also zum Beispiel, dass in unserem Körper gibt es 10 Trillionen Zellen und 10 Trillionen Mal ist das ganze DNA abgebildet. Also Data Protection in der Natur funktioniert im Umgekehrt. Man macht einfach unendlich viele Daten. Und dann ist das eigentlich Protection. Nun, ein ganz zentrales Problem ist das ganze Rechtssystem. Ich glaube, wichtig ist, was wir verstehen müssen, ist eigentlich, dass ein Rechtssystem ist multilayer. Das ist nicht eine Ebene, sondern es gibt in ganz verschiedenen Ebenen. Und haben das staatliche Rechtssystem. Aber nachher, darüber gibt es zum Beispiel mit dem Staatsrecht, also mit dem staatlichen Recht. Und dann sind General Business Conditions auch ein Rechtssystem. Also wenn Apple mich zwingt, agree to the General Business Conditions. Das ist Apple General Businesses und Apple Gesetze. In diesen neuen Märkten und Firmen, die entstehen, die werden ihre Regeln implementieren. Und diese Regeln sind ein neues Rechtssystem. Und dort geht es darum, in diesem Rechtssystem die Crowd Intelligence zu nutzen. Man denkt nur an Airbnb. Airbnb hat das Review-System. Und die Reviews erklären, welche Wohnungen, welche Zimmer sind gut, welche Zimmer sind schlecht. Und dieses Reviewen hat einen sehr wichtigen regulatorischen Einfluss, um sicherzustellen, dass nur qualitativ hochstehende Zimmer überhaupt auf den Markt kommen. Also wir müssen uns im Rechtssystem überlegen, wie können wir dieses Evolutionäre nutzen. Viele da werden sagen, ach, das ist so gefährlich. Ich bin der Meinung, dank dem Small World Effect, dass jeder von ihnen kennt 50 Leute. Jeder von diesen 50 kennt wieder 50. Der kennt wieder 50. Ein Sex links ist man vernetzt mit 15 Milliarden Leuten. Das heisst, diejenigen, die die sogenannten Schwarzen Schafe sind, sind so einfach identifizierbar. Das ist ganz im Gegenteil, wie in einer Schulklasse. Der Lehrer sieht von oben runter und sieht genau, was läuft. Vielleicht sagt er nichts, aber er sieht es genau. Und so sind die Schwarzen Schafe völlig einfach identifizierbar. Und ich behaupte somit, dass anders als was in der Tagespresse sagt, diese neue Kryptowelt führt zu einer unwahrscheinlichen Transparenz. Und ein Ausmessen der Schwarzen gegenüber den weißen Schafen. Nun, in diesem schnell sich ändern Markt. Eine Firma, die Erfolg haben muss, muss Konsistenz, Qualität ist entscheidendes Merkmal. Sonst hat man keine Chance. Das heisst, wenn heute in diesem schnell ändernden Markt eine Firma einen Global Exchange aufbauen möchte, dann geht das nur mit Qualität. Das ist eine Grundanforderung, um massenhaft Kunden überhaupt zu gewinnen. Und das heisst, die Organisation muss diese Art Kriterien in ihrem Service aufbauen, um diese Qualität sicherzustellen. Das heisst, die grossen Exchanges, die entstehen, die werden ihr eigenes Rechtssystem entwickeln, um Späu vom Weizen zu filtern. Nun, wo stehen wir heute? Ich glaube, das globale Finanzsystem, muss man sich vorstellen, ist 280 Trillionen Dollar gross. Market Cap von Kryptomarkt ist rund 200 Milliarden. Wirklich fast nichts. Die Finanzkrise von 2008 ist schon bewältigt. Aber nur in Anführungszeichen mit einem massiven Quantitative Easing und indem man Zinsen zu Null gebracht hat und Bilanzsummen der Zentralbanken so erhöht hat, dass sie eine weitere Verdreifung nicht ertragen würden. Wie ist die Zukunft? Für mich ganz einfach. Jeder von Ihnen hat ja ein Smartphone heute. Und in diesem Smartphone der Zukunft ist ein Wallet. Und dieses Wallet ist die persönliche Privatbank. Nicht wie vor 100 Jahren, 200 Jahren, dass es ein paar Privatbankiers gab, die Kredite vergeben konnten, Emissionen machen konnten, Geld aufnehmen. Sondern jeder von Ihnen hat in seinem Wallet, in seinem Smartphone, sein persönliches Wallet. Da kann er zu Zentralbankzinsniveaus Geld aufnehmen. Auf Tokens, die hier sind. Und die ersten 20, 30 Prozent der Tokens bekommt er einen Darlehenszins oder Kredit zum Zins, als ob er eine Nationalbank wäre. Ich behaupte, was uns bevorsteht, ist wirklich ein Feuerwerk von revolutionären Änderungen. Und das Spannende hier ist, dass man darüber nachdenken kann, Thesen aufstellen kann, was eben kommt. Und somit, Fragen und Antworten, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Can you ask in English? Yes, yes, all right. I have to pick you up on one thing. You said correctly, there has to be an exchange. Yes. But why does there have to be one? You used the phrase one exchange. You mean conceptual or one specific? In a world that costs with cryptocurrency registries, then of course you can have more. So, first I have to explain. I think maybe I'm overemphasizing this one exchange issue because of the following. There is, at the core, a matching engine where all the limit orders are collected. And I argue that if you want to achieve the best bid or best ask, you need to aggregate all the limit orders across the world. NMS. Yes. Yes. But, you know, kind of it can appear as multi-exchanges, but in the background somewhere there is an aggregation. Because at this aggregation, and this is very subtle, it's not about just price discovery of volumes which are offered, but at what rates would the other part of the same party take the other side of the trade? Conditional. Yes. So, a market is a much more subtle object than we today understand. And I believe that this will be some very complex engineering which will aggregate. If you do it like that, because that's a dark pool. Not necessarily. What I'm saying is we have to now, this is what I try to say, is let's design it the right way. Because we should really step back and think what provides the most efficient setting to allow the social system to evolve in the right way. And today, I criticize what has been done with dark pools. They have not taken an engineering design to achieve robustness. But it's the same approach, intelligent design. Yes. Intelligent design. Rather than market emergence. Yes. So, you have to do both. Orthogonal. I mean, kind of try to have an intelligent design, but then we'll see what works. Hello. Hi. Very interesting, I think, vision of the future of where this could end up. How far do you think we are from sort of a society with different currencies, with different company tokens and each individual having their own tokens? How far do you think we are away from that and what are the key obstacles to get there? What I would argue is in a traditional setting where you have sound balance sheets of central banks, sound balance sheets of the big banks, really 10, 15 years away. But in the setting which we are currently, actually, this could be very fast. It only takes literally this kind of proverbial kind of final drop in the glass, which can bring everything to spill over. And what's so fascinating is that within a few months, the new environment is ready. So, it can still be improved. And what you already now see in countries such as Turkey, I think 30 or 40% of the inhabitants have Bitcoin accounts, Bitcoin wallets. So, if, you know, kind of this difficulties in the traditional financial system kind of escalate, then you could have a rapids below. Hi, thank you very much for the talk. My question goes to economic model. Could you emphasize a little bit about which economic models could be suited for models? Yes. So, I have to say that my own work has been actually in my career is to look at TIC data and really, you know, kind of trying to understand why traditional models don't work. And I have come to the conclusion together with my colleagues that it's really the definition of time that's not suitable. So, we need an event-based definition of time. Just to give you a very brief explanation. So, imagine a data series goes up and we sample time, sample that data series, not with a physical time grid, but with an event-based grid, which is computed in the following way. We sample the price when it has dropped by a certain threshold, such as 1%. That's the first data point which I collect. The second data point is after data series has dropped, when it has moved back up again by the same threshold. That's the second data point. The third data point is when it drops from a new high again by the same threshold. So, you collect data based on an event operator. And if you use this event operator, you discover something very remarkable. That is, you identify a directional change and the first intellectual question which you can ask yourself, how far will it continue to drop before it goes back up again? And you discover that it, on average, the expected value will move down by another same amount. That's true for any threshold. And that phenomenon of this overshoot of the same size as the threshold gives rise to scaling laws. And the scaling laws are a frame of reference, which you can use to build models. So, this is a very brief introduction to a kind of new way of thinking about economics. There is a paper called Alpha Engine. If you Google it under SSRN, it gives a more or less comprehensive description of this approach. And it's literally the start of a very exciting new way of looking at financial markets. But you were talking right now about econometric price valuation models in particular. Do you have any comments on maybe design of ecosystems or modeling of ecosystems in general with respect to macroeconomics, for example? In my head, yes. In my head, yes. So, it's literally, I mean, lots of work has to be done. We have the basic tools which are in this kind of approach and it gives rise to a fascinating new kind of way of coming up with new economic theories and recipes of how to design the economic system. So, network theory is a little bit agent-based models, but it's taking this together with a kind of very rigorous way of looking at time. So, lots of work to be done. I mean, ideal for people like yourselves. Thank you. In your world, you could virtually tokenize everything. I'm sorry about the noises. I can't do anything about this. If you tokenize everything, you also tokenize values like land, etc. You elaborated. I mean, what's the role then, like 10 years down the road, current classical cryptocurrencies would then still play? Because I have a hard time picturing how they would fit in. If you can actually exchange every token against everything, every valuable has a token matched in the crypto world. What would you use Stellar or EOS or even Bitcoin for? I mean, they'll be a minor, they'll be there, but relatively minor. Okay, makes sense. Thank you. Yeah. You made a very interesting point regarding the data privacy when you compared it to the nature. Would you care to elaborate a little bit on that? With that in mind that there is also a possibility for a big misuse. Just think that somebody adds to a blockchain, something saying that you are a pedophile. Do you want to replicate it 100 billion times? So, I think there are two ingredients. First, you know, just imagine the future allows us to encrypt everything. So, each statement, everything that you do has its own kind of, its key to it. So, unlike today where everything is in the open, everything that you do is kind of, you know, protected with complete encryption. So, actually we are entering a world where there are infinite number of safes. That's point one. The second thing is, because of the small world effect, you can more easily identify the people who do wrong. And that's so much easier than you'd ever guess, that actually the people who are hostile, you can identify. But that comes back to the question which was asked before, is to some extent we need intelligent design. So, what I'm asking for, and I think this is, you know, kind of your task, is let's think about the future which we want. And this is why I try to bring this overall context. We have a task to fulfill. It's not just random trying to make a paper which we can publish. It's a bigger objective. And let's build a sustainable society. And give it a try. Thank you. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt. Nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für den sehr, sehr inspirierten Vortrag. Dankeschön. Und ich denke, weitere Diskussionsrunden und Kaffee-Pause usw. gibt es ja noch, falls noch Fragen im Nachhinein aufbieten. Dann würden wir jetzt gleich weiter zur nächsten Session gehen, die sich mit Aspekten beschränken, die auch angesprochen wurden, nämlich IT und Technik.